Man kann dieselben Dinge immer unterschiedlich betrachten. Die einen sehen endlose Wüste, andere sehen unendliche Möglichkeiten. Und wo es für die einen keinen Ausweg gibt, sehen andere eine Chance, sich zu beweisen. Wo die einen vor einer unlösbaren Aufgabe stehen, nehmen andere die Herausforderung an. Und während sich die einen in ihren Träumen verlieren, verwandeln andere ihre Träume in Visionen. Und ihre Visionen in Realität. Wir sind die anderen. Und wir werden die Welt nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020